Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die Dachsanalyse für nun Montag, den 2.8.2021, damit den ersten Handelstag im August. Einer der mit saisonal schwächsten Monate im Schnitt. Muss man ja ganz klar so sagen, Statistik ist immer das eine. Hast so 2, die positiv sind, oder ich sag mal selbst, hast du 6, die positiv sind und 4, die negativ sind, ist statistisch positiv. Haben wir 6 Monate oder 6 Jahre, in denen der August negativ gewesen ist, 4, in denen er positiv gewesen ist, ist es trotzdem ein statistisch schlechter Monat. Also da nochmal will ich ganz klar nochmal ein bisschen schärfen, weil viele davon, oder ich auch früher immer davon ausgegangen bin, im November geht es steil nach oben, Kerzen gerade und August, September muss es fallen. So ist es in Real halt nicht. Auch wenn sich das immer so anhört, so ist es aber nicht. Wir haben jetzt erstmal einen neuen Monat, Zeit für ein neues Match und wir gucken gleich mal rein in den Dachs, gehen mal ganz kurz auch ein bisschen so von oben, fangen einfach an. Neuer Monat, August, schwächster oder mit einer der schwächsten saisonalen, saisonal schwächsten Monate steht bevor. Und man muss ganz klar sagen, man sieht das hier momentan noch nicht schön. Also wir haben ja keinen dominanten Abwärtstrend drin, wir haben keine eklatante Schwäche vorliegen, wir haben keine schönen Umkehrsignale drin. Das Allereinzige, was man hier tatsächlich werten kann, sind die nicht mehr angenommenen neuen Allzeithoch, das heißt jedes neue Allzeithoch, was gekommen ist und das seit April wurde wegverkauft. Das ist Fakt, das sehen wir. Ja, ist aber auch nicht richtig gefallen, weil die Tiefs wurden immer wieder hochgekauft und wir haben jetzt hier etwas, was durchaus Potenzial für einen Trendwechsel hat, aber alleine auch noch nicht so ausreichend. Wir haben ein tieferes Tief ausgebildet im Tageschart und wir haben ein tieferes Hoch ausgebildet. Das ist durchaus eine Option, um einen Abwärtstrend ins Rennen zu bringen. Ja, in dem Moment, wo der DAX jetzt ein weiteres tieferes Tief setzen würde, könnte er den dann schon einleiten und damit natürlich auch einen Aufwärtstrend brechen. Das ist aber noch nicht passiert. Ja, und von daher muss man ganz klar sagen, also wenn so ein Aufwärtstrend bricht, dann fällt der DAX danach auch nicht nur 50 oder 100 Punkte. Ja, das muss einem ganz klar sein. Und deswegen ist es manchmal gut, wenn man vielleicht auch noch das ein oder andere Signal dann eben abwartet, na, dass man auch die Schwäche wirklich drin hat im Markt, weil ich sag mal aus so einer Bewegung, die sich dann löst, wenn denn mal so ein Trend kippt, das seht ihr selbst hier, selbst wenn ich hier das Tief genommen habe, sind das von 12.300 immer noch locker 800 Punkte und das ist ja gar kein richtiger Trend geworden. Daher hat er einfach bloß angefangen. Ja, und wenn der richtiger Trend raus wird, dann kommen da auch mehr Punkte. Das heißt, man muss sich noch nicht zu sehr auf Ausgaben. Ähm, wir sehen einfach in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, dass der Markt hier eine starke, unheimlich starke Seitwärtstendenz drin hat. Und wenn ich jetzt hier, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich, auch wenn ich jemand bin, der den Markt eher lieber unten hätte, ne, das, das gebe ich ganz offen zu, ähm, muss ich ganz klar als Analyst, in meiner Rolle als Analyst sagen, dass das, was der hier oben schon wieder macht, von diesem hoch, eigentlich eher eine bullige Vorlage ist, ja, weil er kommt zu flach, von diesem Anstieg, er kommt zu flach hier runter. Würde der mir jetzt hier eine rote Kerze runterpressen, die hier unter 400 geht, die unter 350 geht, ja, herzlichen Dank, dann wäre das besser. Wenn wir aber jetzt rein mal diese Lage betrachten und jetzt einen Monatsauftakt, ja, muss man hier ganz klar sagen, ist das Risiko tatsächlich für den ersten Achtens schon aus technischer Sicht eher nach oben gerichtet, weil er hier nach oben angezogen hat und dann so flach zur Seite nur gemacht hat, wie eine kleine Flacke und könnte jetzt hier quasi nochmal so eine Aufwärtsbewegung wie von hier nach hier stellen und die nach oben drücken und dann wäre er an der 49. Ja, nun wissen wir aus den letzten Wochen und Monaten, dass die 49, glaube ich, schon Thema ist, seitdem wir hier waren oder so oder, oder noch früher, ich glaube, hier, hier, mit dem Ausbruch, mit dem Ausbruch hier hat er sich die 49 als Ziel herangeholt und naja, wir merken deutlich, dass da immer wieder bei spätestens 15.800 die Lichter ausgehen, oft sogar ein bisschen auch früher, so um die 6.70 rum, das sind so oben die beiden Bereiche, die blockieren, sollte der Markt da aber irgendwann mal durch Platz lassen, dann sind auch 49 und 16.400 drin. Das heißt, wenn wir jetzt mal so auch mit Hinblick auf die nächsten zwei Monate gucken, was muss denn hier passieren, damit hier auch mal wirklich was jetzt, damit das schwache Monate wären. Der DAX muss ja tatsächlich da unten auch die Tiefs rausnehmen. Er muss wieder unter die 15.300 runter. Geht er unter die 15.300 wieder, dann kriegt er nach unten schon deutlicher wieder auch Platz, sich zu entfalten, Richtung 200-Tage-Linie vielleicht auch. Nimmt er dann noch das Tief bei der 15.50 raus hier. Na, wäre das auch noch ein weiteres kleines Verkaufssignal, was dazukommt. Ich würde denken, dass er dann von der 200-Tage-Linie, wenn er da ankommt, erstmal wieder deutlicher gegen reagiert und von unten an die Tiefs heranknallt, entweder an den Doppelboten, den wir hier stehen haben, um die 14.800 oder eben sogar wieder so bis hoch, bis zu 15.300. Also das könnte schon ganz schön nervig werden, hier der August. So von der technischen Ausgangslage, glaube ich, wird es kein unbedingt einfacher im Monat. Ich glaube aber, es wird ein bisschen bewegter als das, was wir im Juli gesehen haben. Ich denke schon, dass da der sich jetzt langsam aus seinem Seitwärts hier lösen wird und in die Bewegung reingeht. Er hat auch alle technischen Mittel ausgespielt, die er braucht, um so eine Seitwärtsphase auszulösen. Also bis zuletzt jetzt, dass er die Leute jetzt rausgekriegt hat und die alle keine Lust mehr haben. Das ist jetzt beobachten gewesen. Vor ein, zwei Wochen haben sich die Leute hier noch richtig die Nase eingeschlagen. Der eine hat gesagt, ich bin long, der andere hat gesagt, ich bin short und haben sich auf die Nase gehauen. Das ist ja deutlich zurückgegangen. Das Interesse auch in der letzten Woche, das ist so gefühlt komplett geschwunden. Da haben sich kaum welche dem Markt noch großartig gewidmet und sich dann duelliert von wegen, muss steigen oder fallen, weil ja jeder sieht, dass er eigentlich, dass wir eigentlich beide Seiten recht haben. Weder steigt er richtig, noch fällt er richtig. Ja, es ist kein Vorteil auf beiden Seiten. Aber aus technischer Sicht haben wir noch, ich stand jetzt, einen aktiven Aufwertung, Trend, der hier einen leichten Knicks gekriegt hat, aber per se erst mal noch aktiv ist und würde der Lachs jetzt hier weitermachen, neue Hochs generieren, wären das technische Kaufsignale auf oberer Ebene. Ja, das ist einfach so. Neue Allzeithochs reinkommen, würde das dann Ziele aktivieren, die auch durchaus oberhalb von 16.000 da noch zu suchen sind. Wenn der aus dem oberen Band rausgeht und so, da ist schon genug Platz da. Muss es halt noch machen. So, und das, was wir jetzt gesehen haben, ist, dass die neuen Hochs immer wieder abverkaufen. Jetzt kommt der saisonal schwache Monat. Deswegen würde ich auch nach wie vor an einem neuen Hoch kritisch gucken, wie reagiert er dort. Und wenn er dort wieder nur abverkauft, ne, dann shortet man ihn halt einfach wieder in der Mitte. Und genauso muss man halt auch auf der Unterseite umgehen. Wenn der hier runter geht und er zieht halt wieder von einem neuen tief, einfach nur fette grüne Kerzen hoch, dann geht er halt wieder in die Mitte rein. Und die Mitte ist so im Bereich um 15.500 bis 15.55. Dort läuft er immer und immer und immer und immer wieder rein. Ja, das sollte man einfach ein bisschen mit im Hinterkopf behalten, dass man an den Bereichen hier wirklich handelt, was man sieht. Und das ist ganz, ganz, ganz schwierig, weil natürlich in dem Bereich dann alle, die short sind, plötzlich denken, ah ja, ja, jetzt fällt es ja Milliarden Kilometer tief und jetzt macht der Markt das genau. Und plötzlich stehen sie wieder genau da, wo sie ihn nicht haben wollen. Ja, deswegen wird es hier wichtig, also auf Tagesebene, auf großer Ebene im August, hier wichtig, kommen hier grüne Kerzen rein, kommen hier oben rote rein. Kommt da keine, dann kann er durch. Legt er sich mit roten Kerzen hier durch und springt nicht auf grün umher. Dann kann er durch. Bis zu 200 Taglinie, genauso wie er aber oben auch durch kann, bis zu 16.500. Ja, und bevor jetzt wieder der eine oder andere sagt, na, was ist das für eine scheiße Analyse oben oder unten, das sehe ich selber, versucht an den Punkten. Es geht nicht darum, dass wir exakt die Bewegungsrichtung per Glaskugel wissen, wo ist morgen. Wir können Wahrscheinlichkeitsvorteile ermitteln, die gehen aber, die trennen sich. Wir haben einen technischen Wahrscheinlichkeitsvorteil vom Bewegungsbild, der nach oben zeigt, wenn ich das jetzt hier sehe. Wir haben einen saisonalen Wahrscheinlichkeitsvorteil, der nach unten zeigt. So, habe ich ja auch wieder plus 50.50. Das heißt, ich muss mich wirklich versuchen, an der Bewegung vom Markt zu orientieren und mitzugehen. Ja, zu handeln, was ich sehe. So, und da kann ich ganz klar sagen, okay, entwickelt er sich jetzt zum Augustanfang oben raus? Glaube ich schon, dass der nochmal ein neues Allzeithoch auch setzt. Dass er auch nochmal über die 15.800 drüber geht. Und eher sogar in die 15.49 rein. Weil er hat die Bänder ein bisschen weiter gemacht jetzt. Das haben wir gesehen. Durch dieses Ausreißen unten hat er die Bänder ein bisschen weiter. Das heißt, er schafft sich ein bisschen mehr Normspielraum jetzt einfach. Und deswegen würde ich schon denken, wenn der zum Montag und so weiter jetzt hier kräftig reinkommt, der drückt uns über die 6.70 drüber zum Montag, arbeitet auch nach 11 Uhr, nach 12 Uhr noch weiter. Ich glaube, dann hat er gute Chancen, sogar recht früh jetzt, früh im Beginn der Woche, hier jetzt sich weiter hochzuarbeiten und sich hochzudrücken Richtung 9.40. Unten raus, glaube ich, wird es nicht so einfach und so schnell. Ich glaube, oben könnte er wesentlich mehr Druckpunkte freisetzen und entfalten, einfach weil er die Vorbewegung hier als Orientierung nehmen kann. Also ich glaube schon, doch. Ich glaube schon, dass trotz, dass er letzte Woche so langsam war und so seitwärts gefahren, aber das haben wir ja auch Sonntag für die Woche tatsächlich so erwartet gehabt, haben wir letzten Sonntag gesagt, ich glaube, der macht jetzt hier einfach seitwärts, um die Leute halt so ein bisschen wegzuschieben und das hat er perfekt gemacht. Also er ist dem perfekt nachgegangen, aber die Grundthese dahinter war, dass er abwärts geht. Wir bleiben jetzt erstmal trotzdem beim Aufwärts. Sollte der drüber drücken, über 6.70, dann weiß ich anhand dieser Analyse, die wir hier gerade machen, dass wir jetzt dann den Aufwärtsmomentum, den Spielraum nach oben kriegen. Das heißt, Shorts gegebenenfalls vielleicht ein bisschen reduzieren, in dem Moment, bis er wieder auf der Unterseite aktiver wird. Aber in dem Moment, wo wir nach 11, nach 10, nach 11, nach 12, einfach noch da oben über D6.70 steht, das ist bullig. Das ist bullig und das hat Chance bis 15.7.80, 15.800 und 15.49 erstmal. Ja? Geht dann bestimmt auch ein bisschen weit. Das glaube ich dann schon. Jetzt, jetzt, wo dann, also wenn er oben geht, das soll nicht heißen, dass er nach oben geht. Also ich meine, manche Leute hören eh raus, was sie noch raus hören wollen. Es soll nicht heißen, dass er oben raus geht. Aber wenn er oben raus geht, wenn er die 6.70 nach oben umklappt und wenn er auch die 800 nach oben umklappt und er geht an die 9.40, dann geht er im saisonal schwach erwarteten Monat oben raus und hat natürlich dann entsprechendes Überraschungsmoment um. Alle denken, ah ja, August, September, das wird ja brutal schwach und dann hat er es eigentlich richtig leicht, sich hier auch nochmal so 500, 600 Punkte aus dem Kreuz zu leiern, oben raus. Und das macht er wahrscheinlich dann auch. Ja, also da würde ich schon ein bisschen aufpassen und deswegen mir da einfach auch ein paar Kostalarme selber hinlegen, beziehungsweise ich weiß es ja auch und ich gucke ja auch oft genug drauf und dann eben wirklich handeln, was man sieht. Und dann muss man ganz klar sagen, wenn er jetzt im saisonalsschwächsten Monat neue Allzeithochs generiert und er klettert oben raus, ohne dass er per roten direkt von einem neuen Allzeithoch wegverkauft wird. Die Option ist ja da, dass er rangeht und er haut wieder eine fette rote Kerze. Dann wäre es für mich ein Shortgrund. Aber wenn er einfach noch rausglädert, Stück für Stück für Stück, dann sind das Long mitnehmen, Long mitnehmen, Punkte mitnehmen, Punkte mitnehmen auf der Longseite. Solange hier dann klappert. Ja, und wenn dann irgendwann eine fette rote Kerze kommt, kann man sich immer noch auf Short umdrehen. Ja, aber solange der da mit grün rausarbeitet, würde ich den Long mitgehen. Unten raus, da waren wir jetzt gerade weggesprungen, würde ich denken, wenn er es unten raus macht und jetzt eigentlich die These, die wir letzte Woche aufgestellt haben, dass er, um unten rauszukommen, Fahrt rausnehmen muss, dass er ein tieferes Hochstellen muss. Das hat er gemacht. Er hat die Fahrt rausgenommen, er hat ein tieferes Hochgestellt, müsste er jetzt Stück für Stück langsam runterkappeln. Wenn der jetzt Montag eine lange rote Kerze runterstellt, dann wird die am Dienstag wieder nur hochgekauft. So kommt er nicht weiter. Das hat er oft genug probiert. Er muss es jetzt anders machen. Wir haben das letzte Woche schon erklärt, aber ich erkläre es trotzdem nochmal, falls der eine oder andere nicht mehr so vom geistigen Auge hat. Wenn er unten raus wird, muss er jetzt Stück für Stück machen. Dann geht er am Montag auf die 3,90 runter. Und dann fummelt er sich da was zurecht. Ja. Im nächsten Schritt würde er ein bisschen zur Seite schieben und vielleicht zum Dienstag die 2,30 machen. Aber auch dann schon wieder zurück. Wieder ein Rücklauf. Dass die Longs, dass es immer wieder so ein bisschen aussieht. Ah, ich mach gleich die Umkehr, ich mach gleich die Umkehr. Aber er muss Stück für Stück langsam sich runterhangeln. Station 1, 3,90. Station 2, 2,30. Das ist wichtig. Er muss jetzt aufhören, diese alten Rangemarken zu bespielen. Und daran kann man das sehr gut erkennen. Eine 4,60 ist eine Rangemarke. Eine 4,15 ist eine Rangemarke. Eine 3,50 ist eine Rangemarke. Und eine 300 ist eine Rangemarke. Wenn er bloß diese Rangemarken anläuft, aus den letzten Wochen, dann ist das eher ein Indiz für weiter seitwärts. Macht er das aber nicht. Spielt er jetzt mal eine 3,90 an und zuckt da rum. Und geht dann durch eine, also geht durch eine 4,15 einfach durch. Geht an die 3,90 ran. Geht später im Wochenverlauf durch eine 3,50 einfach durch. Und vielleicht auch durch eine 300 einfach durch. Geht auf eine 2,30. Zuckt dort nach oben rum. Dann legt er sich langsam einen Ausbruch hier unten zurecht. Und zwar so, dass wenige Leute dann dabei sind. Und deswegen muss er das langsam machen, dass die Leute sehr spät erst realisieren, dass es eigentlich fällt. Macht er das Montag mit einer langen roten Kerze, dann hacken wieder alle Short rein, legen den Stop drüber. Was macht er? Trennt das Ding wieder nach oben kaputt. Wenn er aber schön langsam, so wie er das jetzt die letzte Woche gemacht hat, sich Stück für Stück runterhangelt, dann sitzen alle nur daneben und gucken zu. Und die, die Short drin sind, haben vielleicht schon abgebrochen, weil es ihnen viel zu lange dauert. Und dann hat er eine super Schlagdistanz. Wenn er jetzt so eine Woche braucht, um sich bis zur 2,30 zu legen, dann hat er eine super Schlagdistanz, um danach schnell in einer Woche mal komplett durchzuziehen bis unten. Einfach mal von hier bis 200 Tage in den innerhalb von einer Woche zu machen. Aber die Ausgangslage, die muss er sich erst schaffen, weil er muss die Leute zurechtlegen. Wir haben das oft genug gesehen. Das funktioniert so nicht, wie er es jetzt immer die letzten Male probiert hat. Du musst es anders machen. Und er hat es sehr schön vorbereitet, er muss es aber fortsetzen. Stück für Stück für Stück nach unten hangen. Das heißt aber auch, ich will ihn jetzt nicht mehr über 6,70 sehen. Ich will ihn vor allen Dingen auch nicht mehr über 800 sehen, wenn er das jetzt machen soll. Okay, und damit können wir eigentlich schon relativ klar einteilen, dass wir, wenn er sich schwach präsentiert zum Montag, wir definitiv Zielbereiche um 3,90, 2,30 haben. Wir dort genau hingucken müssen. Macht er dort was? Macht er dort nichts und reagiert nur an der 4,15. Reagiert nur an der 3,50 und an der 3,100. Ja, dann geht es halt noch eine Woche erst mal seitwärts, ohne dass eine 2,30 erreicht wird. Ja, arbeitet er sich über 6,70 raus, geht er über 7,80, 800, Richtung 49 dann einplanen. Da hat er jetzt auch mehr Chance, weil das ist alles viel gewalteter, das ist offener, hat er mehr Spielraum. Das würde jetzt wirklich in so einer Monatsauftaktwoche einfacher gehen, wie das vielleicht aus so einer verklemmten, verkeilten Situation heraus gelungen wäre. Okay, damit das erstmal zu. Wir haben im Monatschart eine erste rote Monatskerze drin, seit Januar. Januar war die letzte und davor war es, glaube ich, der März 2020. Na, also viele rote Monatskerzen. Na doch, eine war noch drin, eine war noch drin. Letztes Jahr im Sommer hatten wir, ich habe es nicht mehr ganz vor Augen. Aber es waren schon viele, viele grüne Kerzen. Die aktuelle rote Monatskerze von Juli ist nicht sehr groß. Das ist eher mehr so ein kleines Unsicherheits-Doji. Unsicherheits-Doji im Sinne von, das weiß halt keiner so richtig, steigt er jetzt weiter oder fällt er weiter. Das sollte auch aus der Analyse rausgehen. Wir haben ja beide Optionen offen. Und es gibt keine klare favorisierte Route, sondern die legt er sich jetzt erst fest. Wir bilden uns die favorisierte Route erst aus dem, was er jetzt präsentiert, wie er sich jetzt bewegt. Unten raus hat er natürlich jetzt Saisonalvorteil, oben raus hat er Überraschungsmomentum. Das ist beides interessant. Es kann beides für sich auch gut Momentum freisetzen, aber man muss es erst einläuten. So, und wenn wir jetzt ins kurzfristige Bild gucken, machen wir das noch ganz kurz. Wir haben ja jetzt schon recht ausgiebig hier drüber gesprochen. Auch wenn ich davon ausgehe, dass trotzdem wieder die 1-2 Kommentare kommen, die einfach zeigen, dass sie es nicht verstehen wollen oder nicht verstanden haben. Und das spiegelt es eigentlich ganz gut wieder. Also wir können das direkt mal drinnen stehen lassen. Können hier eigentlich sagen, naja, ich will den jetzt nicht auf 93 setzen, aber wir könnten eigentlich, ne, wir könnten es eigentlich genauso machen wie da oben. Sagen hier Ziel 1 ist 93, Ziel 2 wäre vielleicht sogar unter die 2,30. Ja, genau wie oben, wie oben die 49 das Ziel wäre, wenn er dann oben rausbricht. Ja, und da sind die zwei Bereiche dann. Und da können wir das eigentlich so stehen lassen, ja, und dann gucken wir mal, wo er rausgeht. Ne, das wird der erste Indiz. Und mir wird wichtig, hier reagiert er hier an der 4,15 oder hier reagiert er an der 93. Das wird für mich, das klingt jetzt, klingt jetzt lapidar, ne, so eine kleine Distanz, aber für mich ist das sehr, sehr wichtig, weil es mir einfach zeigen würde, welche Wellen spielt er denn jetzt hier an, ne, also welche Pattern probiert er zu spielen. Und daran erkennt man schon so ein bisschen, wie die Großen sich den Chart zurechtlegen und die Großen haben halt einfach das Kapital, um den Kurs zu drehen und zu drücken und wie sie ihn brauchen. Ne, und mir hilft es nicht, wenn ich mich hinstelle und sage, ja, ja, das ist alles Betrug und die machen ja und wie und bla, das bringt es mir nicht weiter. Ja, aber ich kann mich hinstellen und kann sagen, naja, ich gucke mir das mal an, was die Großen machen, wie die sich stellen und dann probiere ich halt einfach mitzugehen. Okay, gut, also wir lassen das so stehen, wie es ist, das passt eigentlich ganz gut, hier im kurzfristigen Bild und geht mit ein bisschen Weitblick rein halt, ne, nicht 100% auf eine Variante setzen, handelt, was ihr seht, ne, also versuchen mitzugehen. Es sind beide Optionen möglich, es gibt genug Argumente für beide Seiten. Wir haben, denke ich, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt auch mal wieder auf Bewegung gehen kann im August, September. Es sind einfach immer bewegte Monate, es ist einfach mehr Volatilität drin, na, auch weil saisonal bedingt die Zahlen natürlich dann hier und da immer mal ein bisschen schlechter werden. Und, ja, bin ganz zuversichtlich, dass wir uns ein bisschen aus dem Zeitplatz rauslösen, die Stimmung von den Leuten passt jetzt auch wieder dazu, ne, das hat man ja vor ein paar Wochen mal kritisiert, dass das eigentlich so gar nicht rauskommen kann. Hier bei 800 alle brutal übertrieben überhebelt long reingehen, hier unten short. Da hat es ganz, 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 ganz viele jetzt schon bereinigt von denen, die da mit Übergewicht rein sind. Viele von denen haben sich jetzt gesagt, naja, sie gehen jetzt auf kleine Positionen. Das haben wir auch bei uns im Chat wunderbar beobachten können, die Entwicklung jetzt in den letzten Tagen. Nicht ganz viele, die auch vorher immer mit hoher Size auf die Nase gekriegt haben, weil sie immer wieder oben Ausbruch probiert haben und ein Ausbruch immer wieder nichts geworden ist. Die jetzt gesagt haben, sie machen mit kleiner Size. Manche sind ganz und gar verschwunden, ne, die, 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 die haben einfach keine Lust mehr auf dieses Geschieber. Und das ist eigentlich perfekte Voraussetzung, um jetzt rauszugehen. Also, also, wenn ich jetzt die nächsten zwei Wochen eine bessere Chance hatte, in den letzten Wochen, Monaten kaum gehabt halt, ne. Also, jetzt passt die Stimmung, das Chartbild passt, jetzt muss er nur anfangen, okay. Gut, damit würde ich das Video hier erstmal zumachen, wünsche euch viel Erfolg zum Montag und, ähm, gucken wir mal rein, ne. Also, den, ich glaube, den Montag, den gucke ich mir auch erstmal nur an, gucke, was macht der Monatsauftakt, zeigt er sich schwach, zeigt er sich stark. Das wäre für mich schon mal erstmal, ich weiß, ich glaube, ich würde zum Montag gar nicht unbedingt einen Trade machen wollen. Das ist mir zu 50-50 jetzt hier in der Ausgangslage noch, Stand 5,50. Ähm, ich würde jetzt erstmal den Montag mir angucken und dann in den Dienstag rein, vielleicht, ähm, die ersten Positionierungen dann schon in den Monat rein geben. Ähm, aber so wie er jetzt steht, ist halt schon, da ist es halt schon ein bisschen 50-50 halt, ne, das muss man ja so sagen. Da ist für mich, das ist für mich jetzt nicht klar long, ist für mich aber noch nicht klar short. Fehlt auf beiden Seiten, fehlen einfach Beweise und die kann man ja nur abwarten, ne, man muss nicht jeden Tag handeln. Gut, also damit mache ich hier aus, wünsche euch viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.